Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, tritt zurück. Sie legt ihr Amt zum Jahresende nieder, weil sie eine Auszeit nehmen wolle, wie US-Präsident Donald Trump bei einem gemeinsamen Auftritt sagt. Im Detail geht Haley nicht weiter auf ihren Rücktritt ein. Spekulationen über eine Präsidentschaftskandidatur weist sie zurück. Ich sage das hier für alle, die mich zu 2020 fragen wollen. Nein, ich werde nicht antreten. Ich verspreche Ihnen, dass ich für ihn hier Wahlkampf machen werde. Trump hatte die frühere Gouverneurin von South Carolina nach seinem Wahlsieg 2016 als UN-Botschafterin nominiert. Sie profilierte sich schnell als Hardlinerin in der US-Außenpolitik, etwa gegenüber dem Iran. Als Tochter indischer Einwanderer ist Haley eine Ausnahmeerscheinung bei den US-Republikanern, deren Spitzenpersonal besteht hauptsächlich aus europäischstämmigen Weißen. Das ist die Ausnahmeerin von Nordkowitz. Das ist die Ausnahmeerin von Nordkowitz. Ich bin großartig. Das ist die Ausnahmeerin von Nordkowitz. Untertitelung des ZDF, 2020